Hi, ich bin Juli von Gaggetek. Man reiche mir... ...Klopapier. Wie bitte? Zehn Fragen an Juli! Worum geht's? Was ist dein Lieblingsfach? Kunst, wenn man da sehr viel meinen kann. Und auch so offen sein kann. Was würdest du einem Alien schenken, wenn es die Erde besucht? Äh, normale Stamotten. Damit es nicht auffällt. Würdest du dir lieber nie wieder die Haare waschen? Oder nie wieder die Zähne putzen? Nie wieder die Haare waschen? Ahhhh! Ich find's auch super! Wie sieht deine beste Grimasse aus? Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du? Ist er ein Pony? Typ? Wenn du deinem Haustier eine Frage stellen könntest. Welche wäre das? Magst du mich? Welches ist dein Lieblings-Emoji? So, also so und dann so. Hm. Kannst du eine andere Sprache sprechen? Auf Französisch, je m'appelle Jolie. Ich bin Jolie. Auf Englisch, I'm Jolie. Und auf Italienisch kann ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Würdest du eher Tanzvideos oder Let's Plays drehen? Tanzvideos. Was ist das Beste am Set-Leben? Ähm, das Drehen und die Snacks. Ahhhh! Jongliere so gut du kannst mit Creature-Äntchen. Okay. Ist doch eigentlich voll leicht. Oder vielleicht auch nicht. Das war's von mir. Viel Spaß mit den neuen Folgen Gag Attack im Disney Channel. Gag Attack, die neuen Folgen ab 7. Januar im Disney Channel.